Herzlich willkommen zu dieser weiteren YouTube-Video auf unserem Kanal sofort und gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne in einem Shop den Creator-Code sofort und gleich steht TV. Dann auf annehmen drücken und dann unterstütz uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 11. nee, vom 12.10.2018. Ja, ich sehe da schon wieder was. Ich drehe schon wieder am Rad. Wenn ich schon wieder da diesen Mecha-Anführer sehe. Ich habe mir damals, oh mein Gott, wegen den Bären habe ich mir damals den gekauft. Ja, oh mein Gott. Und das warst du in den Zeiten, als du noch nicht wusstest, was dann kommt. Was dann kommt, ja, und dann kommen diese Mechs. Ja, das war noch Team Monster, genau. Team Mech hast du dir noch geholt. Ja, ja. Team Mech. Ja, und das Paradigma, ja, das haben wir ja gestern schon drin. Ja, wir kommen trotzdem mal zur Bewertung. Und zwar... Wirst du da anfangen, beim Paradigma, ja. Ja, es gibt dir auch erstmal eine Benotung, den gebe ich. Okay. 5.10. 3,685 bei 19 Mota, das am 11. Oktober 2019, 19. Und dann waren wir so... Willkommen. Ja, willkommen Roboter. Willkommen Roboter, willkommen zurück zu einer neuen Season. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Habe ich jetzt hier, irgendwie so komisches Voneinander zu unterscheiden, so hier. das ist schon wirklich was wir gehabt waren das bärchen gewonnen hat wir können das ja mal verlinken oben in der beschreibung also in der hand ist nicht hochgeladen haben wir das mit dem bären doch ein ganzes live event nicht hochgeladen haben wir es nicht hochgeladen und ich glaube nicht ganz ehrlich also wir gucken mal wenn wir das noch haben wenn wir es hochgeladen haben dann kann man das ja gerne mal verlinken was wir was er so gehypt 3,5 75 bei sieben wo es ja nur weil du ein bär bist ja auch da ist der mecker anführer ich muss einfach auszwecken du auch zum auszweck auszweck aus prinzip meinst ich habe mich gerade gefragt was meint wovon spricht er denn guck mal es gibt jetzt sogar einen anderen style da ist er ja sogar ganz silber ja eigentlich aus aus bärenfreundschaft musischen zwei geben zwei bärenfreund ja so bären euch untereinander mögt er selbstverständlich bei uns gibt es nur ein wir sind eine ganz große familie ja wir sind halt nicht wie ihr katzen wir sind halt hier ja so einzelgänger so also 5 bei 3 5 12 19 juli 2019 übrigens gameplay auch oben in der rechten ecke verkehrt ja toll wurden mit drin ist ja genau habt ihr ihn in der runde perfekt nein da war noch kein mick drin bei dem ja da waren nur der mecker anfühlen ja der meck ist aber ich habe noch damals gehabt von dem das weiß ich sogar noch ja so was gibt es schon lange nicht mehr drin kommen wochen geben ich 18 kriegen von mir auch 6 von 10 auch 4,21 5 bei 24 wo es hat 20 juli 2019 im shop gewesen seit dem firma und fünf gemeint ihr merkt wir sind total begeistert davon haben wir sehen so kurz vorm season wechsel ja genau so wie letztes mal meckert ihm habe ich 5 oder 10 ihr weißt du wie viele jetzt erzählen dass sie gehypt sind auf die neue season ja ja ich meine ich freue mich auch auf die neue ja genau also ist ich sag mal so nimmt alles diesen neuen habe ich schon gesagt es geht nicht weil sie sind zehn habe ich gesagt es geht nicht was sage ich preis diesen elf ja schon mal also ich sage was der streamer zu sich eingeladen und ich sage eins wenn epic ist diese season also nächstes hießen immer noch also ich sag mal so für die fortnights geschichte ist die season elf glaube ich einer der wichtigsten seasons definitiv weil wenn die season elf das haben wir schon viele streamen wenn die season elf trash wird ist fortnights und das noch in dem early access ist doch betafase oder sowas und was ist dann auch ach kein klar nie wirklich rausgekommen ja warum wohl was gibt es in dem ding da habe ich schon gesagt was sind fünf von zehn krieg von mit drei von zehn 3 1 85 bei 3 11 aus 2019 ja so hat jemand von euch eigentlich dieses combine solo gemacht versteht ihr also wir haben das mal probiert auf die 44 sekunden zu kommen die da im welt rekord drin sind haben uns gewundert wie das funktionieren soll ich hab dann zum herrn sofort sagt wusste ich einfach nur mal durch ohne zu gehen einfach nur durch brüsten wir stoppen die zeit 44 sekunden so haben wir uns gedacht aber in der zeit müssen ja auch alle getroffen werden haben wir uns mal dieses weltrekord video angeguckt da wenn bitte nur mit granaten geworfen aber ist krass dass da jede granate trifft hat es hat es jemand von euch mal gesehen schreibt man die kommentare einer ist es gut aber hier kennt wo man ist geil die das geile geiler ding drehen warum dahinten noch dahinten backpack auch cool geil 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 kann der kollegen von geil zu machen so machen an die geile kennt wo man das geil kriegt von mir zehn von zehn und mir auch 25 23 21 september 2019 hat leider hat leider hat leider hat leider mega cool 8 von zehn acht von zehn ich gebe dem 10 von 10 4 6 8 5 8 von 10 5 september 5 mal und 0 meines das ist geil zehn von zehn so maskierte reche ja das ist geil du kannst du dich kaufen doch doch ich könnte es mir doch weil ich 150 doch weil schon 15 wachst du wieder krieg und das werden genau die die sprache ich könnte mir jetzt noch holen ich könnte es mir also das kannst du nicht ich muss mal gucken dann schluss mal jucken gucken also viel vergangen gleich so also sehen was er ging das mega cool kriegt von mir zehn von zehn jahren drei mal sieben walt habe ich glaube ich auch ein gameplay dazu auch um eine rechnecke verlinkt für 15 bucks das teil kriegt von mir acht von zehn neun von zehn acht von zehn bei 535 bei 15 wo es mal erst mit dem schocken wir sein dreimal zählen man das kommando nicht wirklich schön für 800 wie wachs kriegt von mir drei von zehn sechs von zehn 3,7 also fünf bei 89 wo es aus dem 11.09.2017 dann haben wir einfach ein handy für die die es mit zwei händen nicht hinbekommen das geht mir dann so vielleicht kriegst mit nur einer hand hin du so ja ich muss mich nicht auf zwei sachen gleichzeitig konstruiert ich bin ich so multitasking ich kann ich das besser mit zwei hast du schon probiert mit einer hand machen manchmal manchmal mit einer hand schade dass man das jetzt nicht sehen kann manchmal mit einer hand ach du scheiße das ist doch das ist doch schrecklich mit einer hand so ja das also einfach einhändig für so von der wii live einfacher mit zwei finde ich schützt nicht aber ja du bist ja ich würde die tatschen fähig ich bin schon nicht wenn man es vergleichbar wenn er am pc sitzt oder so und sogar eher gleich wenn man mit ihm redet oder sogar eine vordergeber er gleich was was wir dann wiederholst es noch mal herr gleich was du was ich war klar ich habe mich konzentriert fünf sekunden später nein nein das läuft anders da wird gar nicht gefragt herr gleich herr gleich sondern wird einfach erzählt ja so in fünf minuten später kommt dann irgendeine frage und so hast du was gesagt ja das ist so komisch also wie immer wenn man immer mit diesem bären spielt also einfach ein handy kriegt von mir weil es zu 6 12 2 von 10 4 4 5 bei 29 juli 2009 sein firma von sondern dann haben wir das neu das neue team mecca 10 und 10 und 10 und 10 und 10 ja gebe ich jetzt inzwischen auch 3 19 juli so dass und jetzt kommen wir zum meister der kampf und man ja kommt auch und ab für 300 bieten die wachs sieben von zehn war die hausse alles klar das hat es auch geklärt hat habe ich von mir 18 55 bei einem wort und so meiners ich weiß dass ich schon was gibst du dem shop jetzt bin ich also die sache ist es ist ein shop wo ich sage ich muss nicht sein ich gebe dem wo du sagst die jungen muss nicht sein das ist jetzt das dritte hätte den folgen das kann ja auch ehrlich das jetzt das dritte dritte hätte den folgen aber ich gebe dem auch nicht so eigentlich in die 749 laufend 533 jetzt mehr und 1818 hat es wird gefallen dass wir gerne auch noch was in die kommentare am liebsten youtube-kanal kostenlos und schaltet die tage in youtube-kanal und tschüss